So meine Damen und Herren, Herzlich Willkommen zu einer langen Folge Pokémon! Ähm, ich glaube in der achten Folge, bin mir grad nicht sicher. Ähm, ich muss ja eben schauen, was der mit unseren Pokémon jetzt angestellt hat. Ähm, denn ich habe es nicht geschafft, sein Video ganz zu sehen, es tut mir leid. Ähm, oh, wir haben auf jeden Fall einen Totok, so lässt es sich natürlich arbeiten. Ähm, das ist auf jeden Fall optimal. Okay, super, das freut mich, tatsächlich. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, welche Richtung wir gehen. Am besten, ja, wir müssen wahrscheinlich in die Richtung gehen. Diggi, geh jetzt mal von aus. Ich muss ja gleich nochmal auf die Map gucken, aber... Ich denke mal, alles um einen sollte das nicht das Problem sein. So, Picknicker Ingeborg, gegen dich kämpfen wir jetzt mal. Toter kommt jetzt mal zum Einsatz. Ähm, ich würde für das nächste Pokémon, glaube ich, dass... Ähm, Torburga benutzen. Weil Torburga in etwa vom selben Level her ist wie, ähm, das Mirapa in dem Fall. Und, ähm, ja, warum nicht? Ich meine, so können wir dann auch wenigstens ein bisschen trainieren. Und, äh, so unsinnig ist das tatsächlich, finde ich jetzt, äh, gar nicht. So. Kann man mal machen, so ein Lockduft, äh, kann man mal wirklich machen. Jetzt habe ich auch gegen mein Mikro geschlagen und mein Kinn. Das, äh, kann mal passieren. Ich hoffe, man hat's nicht gehört. Wenn doch, dann tut's mir leid. Aber gut, was soll man machen? Das ist halt am Ende also. So, ich, ich weiß nicht, ich finde Torburga vorne wesentlich sinnvoller. Zumindest jetzt in dieser, äh, Kampfphase. Weil, ganz ehrlich, who cares? Vom Level her ist das völlig optimal. Und, äh, wenn wir da die ganze Zeit den Windschuss reinhauen, was wir jetzt so machen? Ist doch voll in Ordnung. Kann man sich nicht beschweren. So, wir waren umwickelt. Er hat uns im Wickel, der Stingel. So, Knüffeln sagt, down, get down. So, wir sind da mit 20 mit Torburga. Happy Birthday, das war mein Ziel. Versuch, Wirbelswind zu erlernen, das ist natürlich optimal. Dann schauen wir mal, was wir so für einen Tackle... Ähm, ich würde tatsächlich es gegen Tackle tauschen. Weil ich weiß, die Sandwirbel kann man ja irgendwie nochmal, um die Defensive ein bisschen runter zu powern, benutzen. Und Ruckzucki, Ruckzucki ist ja auch nochmal eine Attacke für sich. Und, ähm, deswegen würde ich das partout einfach jetzt behalten wollen. So, wir setzen einfach mal einen Wirbel mit ein. Natürlich kriegen wir noch einen Lockdruck in die Fresse, das muss ja auch manchmal sein. Tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. Oh Mann. So, zack. So, genau, jetzt haben wir das Kürfelser, ähm, gerackt. Und, äh, jetzt kommt nochmal das V-Ra-Platz zum Einsatz. Das wurde eben wegen Wirbelsturm, äh, von der Base gepflegt. So, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Es ist halt immer so. So, und jetzt setzen wir nochmal Windschluss ein, zack. Get down, schade. Hat dies so ganz funktioniert wie es soll? Ja, jetzt kommt auch nochmal ein Schlafpuder. Ah, das ist ja natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber was soll man machen, ne? Das, äh, kann man, kann man mal passieren. So, setzen wir mal einen Beutel ein. Haben wir, haben wir denn noch irgendwas im Beutel, das man so benutzen könnte? Eventuell, ich weiß das ja. Doch, und wir haben auch tatsächlich einen Aufwecker da. Oha. Oha. Ich hoffe, der setzt jetzt nicht mehr nochmal Schlafpuder ein, ansonsten sind wir nämlich... Wie werden wir es denn? Äh, ich sage es mal auf gut Deutsch. Hart am Arsch. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten einfach. Wobei, bei dem könnten wir ratzfatz den, ähm, das Totok einsetzen. Aeros ist natürlich ein sehr, sehr geiler Attacke. Und, ähm, das möchte ich auch, dass unser Taubsi das erlernt. Nice. Aeros ist ein ziemlich geiles, äh, TM. So, Aeros. So, müssen wir mal schauen, welche Attacke willst du denn vergessen? Ja. Komm. So, Aeros ist nämlich ein sehr, sehr starker Attacke, die man auch benutzen kann. Warum der uns jetzt nicht angesprochen hat, hab ich keine Ahnung. Aber gut. Bist du mir hier lang? Ja, wir müssen da hoch. Was wir denn? Azurias City. Waren wir nicht schon in Azurias City? Ich glaube nicht. So. Ah, nee, Turtok pennt ja noch. Oh, das hab ich vergessen. Verdammt. Turtok pennt ja noch. Na, nicht so schlimm. Spielen wir trotzdem, Turtok. Aber, ah, ich hab das vergessen, dass Turtok noch pennt. Nein. Ja, gut. Die Brille müssen wir sowieso wechseln. Ah, Knufensa ist jetzt nicht das geilste Pokémon. Muss ich jetzt einfach mal so einen Raum werfen. Aber besser als nichts. Wir können ja trotzdem mal kämpfen. Wir können ja wenigstens einen Wickel reinhauen. Gut, okay. Das war's mit uns. Der Glut hat ganz schön reingebumst. Aber, was soll man halt machen? Es ist halt einfach so, wie es ist. Kann man tatsächlich nicht verwerfen. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit Tauburga. Tauburga soll mal bitte Aeros einsetzen. So, ein bisschen Damage machen. Ja, gut, okay. Er setzt den Überblick ein. Das ist jetzt nicht für uns vom Nachteil. Aber, gut ist es jetzt auch nicht. Zack, nochmal. Aeros. Und, ähm, okay. Ich glaub, ähm, ja. Unsere Verteidigung. Das klingt einfach... Was soll man machen? Ist halt so, ne? So, jetzt aber. Aber es geht ja nur darum, dass wir mal ein paar Level aufsteigen. Ein Glomanda. Da wär eigentlich... Ah. Ah. Warum ist Totok jetzt nicht wach? Na gut. Aber das ist... Ich finde Glomanda ist ziemlich cool. Aber ich bin halt wirklich ein Shiggy-Fan, ne? Also, Shiggy is in my life. Das ist, äh... Very awesome. Und es ist ziemlich geil, dass wir jetzt ein Totok haben. Ähm. Das finde ich sehr, sehr geil. So, Level 21. Zack. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Nö, 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 nö. Da kommen wir gar nicht weiter. Ich dachte. Ah, okay. Aha, okay. Käfer-Pokmon. Wir haben keinen Feuertyp dabei. Prinzipiell gesehen nicht so schlecht. Aber gut, was soll man machen? Kampf. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also wir müssen das ja auch mal irgendwie aufwecken. Da würde ich jetzt einfach mal... Hauen wir da einfach mal ein Biss rein. So. Ah! Aber es ist unglaublich, wie krass hier hochgelebt dieses Trotok haben innerhalb von 8 Parts. Oder 9, glaube ich, sogar schon. Bin grad nicht auf dem besten Stand. Ne, sollte der 8... 8. Part sein, weil ich habe auch 2. Folge gemacht, ja, 8. Part. Der 8. Punkt war, so. Eigentlich könnten wir... mal unser Carpado-Helen stellen. Oh, wieso setzt der jetzt Giftstache ein? Genau dann, wenn ich es ausruhe... Okay. Ähm, jetzt hat unser Carpado was abbekommen. Jetzt setzen wir unser Trotok ein. Warte mal, vielleicht weiß ja der eine oder andere schon, was ich vorhabe. Genau, jetzt setzt er natürlich Fadenschuss ein. Die Attacke, die ich mir eben erhofft hätte. Aber gut, was soll man machen? So, ähm... Jetzt müssen wir gucken. Ja, wir setzen einfach Torbüter ein. Das wird ja schon regeln. Ähm... Ah, wird's nicht? Okay. Gut, okay, da machen diese Level... 17-Level-Unterschied eigentlich ja gar nichts aus. Gefühlt. Da-denn, da-denn. Haben wir Blubber rein? Sabber den mal ordentlich an. So, down. Und jetzt kriegt unser Carpador auch noch EP-Punkte. Ist aber nicht aufgestiegen. Es ist Level 3. Äh, Level 5. Und das... Okay, lassen wir das. Muss ich nicht verstehen. Ähm, wir beenden jetzt diesen Kampf einfach Ohne, dass du Skapo da irgendwie Level bekommt Ich hab's jetzt grad echt nicht gerafft Aber gut Muss ich jetzt nicht verstehen So So Prozent Prozent es sei die Frage konnte man nicht in der alten so war sie in der um Edition so ist er war und hat dort könnte man sich jetzt abdurchfangen oder erinnere ich mich da gerade ich bin ja meine man konnte hier einen Zapdos fangen aber gut na gut so Knuffenser hau mal rein ne hier muss man nicht weiter das ist einfach nur um der Trainerin außen weg ok ok der Felztunnel wir haben wir haben Blitz dabei ähm kann denn ein eines von unseren Pokémon irgendwie Blitz ja ok ich bin ich liebe dich jetzt kommt sowas passt auf denn 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 die die ich sag's euch so müssen wir schauen dass wir mal um die Torbauer machen ok ok hm gegen ein Level 17er haben wir so welche Probleme was ist das denn für ein Spiel heuladivall fehl ja komm ja komm probieren wir es mal ich würde ganz gerne Machalo im Team haben weil es ist stark kann man jetzt nicht bestreiten dass ein Machalo stark ist also wenn man es voll ausentwickelt dann ist es definitiv stark eigentlich jedes Pokémon aber ich finde Machalo gar nicht so ähm so schlecht jetzt wo man es dann halt hier mal hat der Typ der will mit uns kämpfen ok dann wissen wir wenigstens dass wir auf der richtigen Spur sind ähm muss man halt wissen dünn 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 ok ein Tragosso finde ich auch ein sehr interessantes Pokémon Tragosso ist ein echt interessantes Pokémon was ich auch mal ganz gerne machen würde wenn solche Pokémon Fakten ich hab nämlich richtig ich hätte richtig Bock mal solche Pokémon Fakten zu machen jetzt wo wir es mir gerade ähm wo man es gerade sieht da hätte ich richtig Lust drauf mal weil er hätte mal wieder mal wieder so eine Abwechslungs äh Pokémon Sache und ich weiß nicht das wäre ganz cool ach ist das auch ein Wassertyp ne? ich glaube ja ja ist das auch ein Wassertyp lang ist sehr lieber Fleckmon aber du kriegst jetzt mal ein bis rein get down so Typ Agrepte Typ whether hre hadn't hab ich noch irgendeinen Schutz dabei oder so ey man muss sagen innerhalb von drei Minuten wo wir jetzt in dieser Höhle waren Навert ist das erste Zubert das kann man jetzt tatsächlich nicht ähh als negativt muss ich jetzt mal so sagen vielleicht ist es ja ähm Stückchen Hoffnung dass Zubert sich dann doch zurückgezogen hat Mh, aber das glaube ich, es war ja weniger Schutz. Da haben wir sogar noch neun Stück. Optimal. Da hat der liebe 3-Logi an mich gedacht. Das ist sehr, sehr sweet von dir. So. Hier müssen wir mal, hier müssen wir runter. Zertrümmerer? Wir haben das schon? Dass wir den jetzt noch kriegen? Ja, machen wir den Kampf noch. Ah, ein Fleckmon. Fleckmon. Fleckmon, ich hab dich, äh, ja. Fleckmon halt, ne? So, Biss. So, jetzt haben wir mal ein Biss reingehauen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht wird unser Turtok jetzt Level 38. Super. Kann man sich nicht beschweren. Wir haben ein starkes Turtok. Okay. Ich weiß nicht, wo man langen muss. Ach, wahrscheinlich nach oben. Ja, gut. Wir haben Belieber. Das ist, äh, sehr, 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 sehr geil. So, ich komme ja nicht oft hierher, aber ich will kämpfen. Dann lass es doch einfach. Bleib da einfach zu Hause. Was hältst du von der Idee? Ein Mirapla. Ein Mirapla. Mirapla? Weiß ich nicht. Aber jetzt sitzt der Stachelspur rein. Das ist jetzt natürlich nicht von Vorteil. Mh, paralysiert. Ja, gut. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr doof. Ah, alles klar. Das ist doof. Okay, Mirapla ist down. Ja, Mist. Ein Bisasam. Uiuiuiuiui. Ein Bisasam. Ja, das ist, das ist, äh, haben wir heute alle Starter gesehen, oder wie? Also zumindest ich schon mal in diesem letzten Play. Dann haben wir jetzt ein Bisasam gesehen. Wir haben in der zweiten Folge Chigi gesehen. Und heute auch ein Glumanda. Das ist nice. Hat sich auf jeden Fall eine Menge, Menge zusammengebahnt. Schutzwirkung. Ja. Ein Mengi. Das ist so ein geiles Pokémon. Vom Aus. Ich find das einfach rein, rein optisch, find ich das so geil, das Pokémon. Es ist einfach ein Affe. Gekreuzt mit einem Schwein. Das ist einfach richtig geil. Ah, ist schon witzig. Das ist viel. Das ist ziemlich, ziemlich lustig, auf jeden Fall. Zack. So. Dün, 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 dün. So. Box 1 abgelegt. So. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir beenden jetzt heute mal den Part. Ähm. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch was Wunderschönes. Haut rein. Und. Tschüssi. Schnell. Tschüssi.